Autor zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell. Anders. Besser. SW Tuning. Herzlich willkommen bei SW Tuning TV. Heute zeigen wir euch an einem Polo 9N, wie man LED-Rückleuchten einbaut und die Originalen ausbaut. Viel Spaß. SW Tuning TV 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.